Mein Name ist Andreas Bareis. Ich habe bei GOMO drei Hüte auf. Ich bin Teil des Managements in Deutschland als Executive Vice President Business Affairs and Operations. Ich leite das Berliner Büro und bin auch als Produzent tätig. Ich habe in Deutschland und Frankreich Jura studiert, in Berlin und Paris, dann danach Film studiert auch nochmal. Und dann war ich erst mal zehn Jahre oder so als Anwalt tätig im Filmbereich und GOMO war, als GOMO nach Deutschland gekommen ist, einer meiner Klienten. Und so haben GOMO und ich uns kennengelernt und das lief ganz gut. Und irgendwann mal haben wir gedacht, dass ich vielleicht bei GOMO noch besser aufgehoben wäre als in der Anwaltschaft. Ich glaube im Wesentlichen eine gesunde Neugier und Interesse für Neues, für neue Ideen, Spaß am Team, an der Zusammenarbeit im Team. Und ich glaube, gut kommunizieren zu können. Ein Projekt, wo ich ganz besonders dankbar bin, dass es entstehen durfte, ist unsere internationale Serie INHÖKAR, die zwischen Deutschland, Frankreich und der Ukraine hergestellt wurde. Das ist eine Serie, ein Kriegsdrama und die entstand während des Krieges vor Ort in der Ukraine. Ich glaube, bei mir war das vor dem Hintergrund meiner deutsch-französischen Vita, ganz natural match. Und sich dann die Gelegenheit gibt, da irgendwie mitmachen zu dürfen, dann ist es für mich einfach nur perfekt. GOMO ist ja über 130 Jahre alt, deswegen sind die drei Worte frischer als gedacht.